Herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video von mir. Heute gucken wir uns wieder drei sehr spannende Themen an. Zum einen, warum Goldman Sachs nun im Kryptosektor vorankommen möchte. Außerdem gucken wir uns den Cardano Hardfork Mary an und warum das sehr positive Auswirkungen auf Cardano haben kann. Und zu guter Letzt gucken wir uns noch an, warum MicroStrategy nun weitere 15 Millionen US-Dollar in den Bitcoin investiert hat. Falls dir diese Themen jetzt schon gefallen und du auch in Zukunft keine Videos mehr verpassen möchtest, dann solltest du auf jeden Fall direkt erstmal einen Daumen nach oben da lassen und diesen Kanal abonnieren. Gucken wir uns das allererste Thema an. Und hierbei geht es vor allem um Goldman Sachs, die nun im Kryptospace durchstarten möchten. Wir haben es bereits in der Vergangenheit mitbekommen, dass sich vor allem die großen Banken gegen Kryptowährungen gestellt haben. Das Ganze hat sich aber von Zeit zu Zeit weiter verändert. Die Meinung hat sich angepasst, denn die großen Banken haben natürlich auch das massive Potenzial erkannt. Außerdem kriegen sie natürlich in gewisser Weise Druck durch die eigenen Kunden, die nun eben teilweise selber in Kryptowährungen investieren wollen. In dem Fall geht es weniger um die Grundwerte und die Grundidee der entsprechenden Kryptowährungen, sondern vielmehr um die Renditemöglichkeiten. Also setzen sich eben auch die ganz großen Banken natürlich mit dem Thema auseinander. Goldman Sachs hat bereits 2017, 2018 circa ein eigenes Team aufgebaut, um hier also vorzustoßen. Anschließend gab es aber eine relativ starke Flaute, wenn es um den Bitcoin-Kurs eben ging. Das ganze Interesse ist massiv abgefallen und damit hat Goldman Sachs scheinbar auch ihr eigenes Thema so ein bisschen untergraben, beziehungsweise hat erst mal das hinten angestellt. Nun haben wir aber nun das Thema, dass der Bitcoin natürlich interessanter denn je ist und deswegen möchte Goldman Sachs nun wieder aktiv dabei sein. Das geht jedenfalls aus einigen Informationen hervor, die wir von Reuters hier haben. In dem Fall möchten sie natürlich zum einen der konkurrierenden Bank BNY Malone so ein bisschen diesen Vorstoß schlecht machen, in Anführungsstrichen, denn BNY Malone ist eine der ältesten Banken in Amerika und sie haben nun angefangen, einen Verwahrservice für digitale Bestände aufzubauen. Das möchte Goldman Sachs natürlich selber tun und natürlich weitere Dienste launchen. Das Kapital haben sie definitiv und sie haben natürlich damit auch die Macht, entsprechende Persönlichkeiten bzw. entsprechendes Personal ins Boot zu holen, um die Dinge voranzubringen. Sie haben, wie gesagt, 2018 das erste Mal angefangen, sich mit dem Thema intensiver zu beschäftigen, ein eigenes Team aufzubauen bzw. eine Sparte einzurichten. Das Ganze ist dann relativ schnell wieder eingeeppt. Doch jetzt sehen wir natürlich ein extremes Interesse von den großen Institutionen dieser Welt. Tesla hat 1,5 Milliarden US-Dollar in den Bitcoin investiert. Auch Square hat erst kürzlich wieder 150 Millionen US-Dollar investiert. Und MicroStrategy liegt auch bereits bei über einer Milliarde US-Dollar. Alles Nasdaq-notierte Unternehmen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und versuchen, einen geeigneten Wertspeicher zu finden. Das haben sie mit dem Bitcoin, denn das ist mit eines der härtesten Assets, die wir so auf diesem Planeten haben und eignet sich wunderbar als Wertaufbewahrungsmittel. Umso spannender ist es also, welche Schritte Goldman Sachs hier gehen wird und natürlich auch, wie schnell sie das Ganze umsetzen können und in weiterer Folge, wie dann eigentlich die Akzeptanz aussieht. Auch wenn das nach einer sehr positiven Nachricht aussieht, gerade für die Adoption usw., muss man sich natürlich trotzdem die Frage stellen, ob man dann letztendlich zu einer großen Bank möchte, die eher das eigene Überleben bzw. die eigenen finanziellen Interessen vor allen anderen stellt. Da muss man sich auf jeden Fall Gedanken zu machen. Gucken wir uns das zweite Thema an. Hierbei geht es vor allem um Cardano, denn gestern ist tatsächlich der Hard Fork Mary durchgeführt worden. Damit haben wir einen wichtigen Schritt zum Multi-Asset-Network gemacht. Cardano ist ja eine der größten Kryptowährungen, die wir so haben. Und jeder, der sich mit dem Thema auseinandersetzt, erkennt relativ schnell, welch ein unglaubliches Potenzial Cardano bzw. Adder eigentlich hat. Das ist ein Asset, das man normalerweise eher weniger verkauft, sondern es eher langfristig hält. Und das Ganze ist natürlich schnell zu erklären, denn das Thema Staking macht natürlich einiges an Profite bzw. absolut Sinn, wenn man sich mal anguckt, was man da so mitbekommt und was man da so umsetzen kann. Da macht es schon Sinn, die Bestände eben weiter aufzubauen, langfristig gesehen aus meiner eigenen Sicht, und diese Bestände eben zu staken, um dann eben 5% oder eben sogar noch mehr damit zu verdienen. Das macht auf jeden Fall langfristig dann doch den Unterschied aus meiner Sicht, gerade, wenn wir uns mal darüber Gedanken machen, wie dann eigentlich so die Renditen aussehen, wenn wir zum Beispiel sowas wie die Riester-Rente oder sowas uns angucken. Man kriegt quasi nirgendwo Zinsen, oder wenn man welche bekommt, dann sind die so niedrig, dass es sich überhaupt gar nicht lohnt. Deswegen sind solche Assets eben absolut interessant. Ethereum stellt ja auch auf das Staking-Contents-Verfahren um, und das wird sicherlich auch dazu führen, dass viele das Ganze nochmal anders betrachten, weil wir zum einen dann eben die Bestände haben und zusätzlich eben durch das Staking und das Absichern der Blockchain und eben auch validierende Transaktionen Kapital dazu bekommen werden. Das ist auf jeden Fall ein sehr lohnenswerter Faktor. Aktuell ist es so, dass wir also gestern den Hardfork Mary gesehen haben. Das ist ein Teil des Gogen-Rollouts und das ermöglicht nun also auch die Erstellung von Token und Smart-Contract-Anwendungen auf der Blockchain. Damit reift Cardano definitiv zu einem Ethereum-Konkurrenten an. In dem Fall ist es aber so, dass ein Hardfork komplett normal ist, nachdem Shelly durchgeführt wurde und Staking-Rewards freigeschaltet wurden, gibt es eben nur Mary. Und Mary ermöglicht, wie gesagt, die beiden Faktoren, die wir gerade genannt haben. Das Spannende daran ist, dass zum Beispiel ein Hardfork beim Bitcoin dazu führt, dass eben eine Abspaltung stattfindet und zum Beispiel Litecoin dann rauskommt oder Bitcoin Cash oder ähnliches. Bei Cardano sieht das ein bisschen anders aus. Und zwar werden dann einfach durch einen Hardfork die alte und die neue Version zusammengeführt, in Anführungsstrichen, mit weiteren Funktionen. Und es gibt keine Abspaltung, was auf jeden Fall einige Vorteile bietet, denn die Community bleibt letztendlich dann weiterhin zusammen und spaltet sich eben nicht. Und Mary ist letztendlich ein wichtiger Meilenstein, um in Zukunft ein Multi-Asset zu werden, was natürlich einige Vorteile mit sich bringt. Ich bin sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Nach diesem Schritt gibt es dann noch zwei weitere Änderungen, die eingespielt werden in Zukunft, bis dann Gogan komplett live ist. Es scheint so, als würde aber tatsächlich dieser Hardfork erst einmal keine Auswirkungen auf den Cardano-Preis haben, denn wir sind in den letzten 24 Stunden nicht wirklich weiter angestiegen, haben sogar über 4% noch mal verloren. Langfristig gesehen kann aber Cardano einiges noch richtig machen. Es sieht so aus, als würden sie den richtigen Weg gehen und sie bieten eben auch einige Vorteile an. Deswegen solltet ihr euch auf jeden Fall mal darüber Gedanken machen, was dann Cardano eigentlich für euch ist und ob es eben nicht sinnvoll wäre, das Ganze hier mit ins Portfolio zu übernehmen, um das eigene Portfolio etwas zu diversifizieren. Und im nächsten Atemzug könnt ihr euch dann nämlich auch mit dem Thema Staking auseinandersetzen, über Daedalus oder ähnliches, um dann also auch Rewards zu kassieren. Das macht auf jeden Fall langfristig gesehen sehr, sehr viel Sinn, wobei ich aber hier natürlich noch erwähnen muss, dass ich hier keine Anlageberatung tätige, sondern das letztendlich meine eigene Meinung ist. Gucken wir uns das letzte Thema an und hierbei geht es vor allem um Michael Saylor und Michael Saylor hat nun weitere 15 Millionen US-Dollar mit MicroStrategy in den Bitcoin investiert und es scheint so zu sein, als würde Michael Saylor mit dem Unternehmen immer häufiger Bestände aufkaufen. In dem Fall waren es 328 Bitcoin, die sie gekauft haben. Nachdem das veröffentlicht wurde, habe ich das auch entsprechend auf Twitter geteilt. Das heißt also, wenn ihr solche News schneller bekommen wollt, dann folgt mir sehr gerne auf Twitter. Das findet ihr in dem angepinnten Post unter dem Video. Und in dem Fall sind also 328 Bitcoin zu den Beständen dazugekommen. Aktuell hält MicroStrategy knapp 91.000 Bitcoins. Aktuell sind diese ungefähr 4,3 Milliarden US-Dollar wert. Das macht auf jeden Fall total viel Sinn, denn wenn man sich mal anguckt, zu welchem Preis sie durchschnittlich gekauft haben, liegen wir hier aktuell bei knapp 24.000 US-Dollar pro Coin. Das heißt also, sie konnten ihr Kapital hier schon mehr als verdoppeln. Es geht in die richtige Richtung. MicroStrategy hat hier ein richtig gutes Näschen bewiesen, denn sie scheinen hier langfristig gesehen an den Bitcoin zu glauben, was sehr, sehr positiv ist. Und die Zahlen geben ihnen eben auch recht. Und ich glaube, dass MicroStrategy in Zukunft dann noch den Sack zumachen wird, die 100.000 Bitcoins eben auch in Zukunft erreichen wird, damit sie eben weiter liquide Mittel in den Bitcoin investieren und sich vor einer zum Beispiel anstehenden Inflation schützen. Natürlich ist das keine Garantie und gibt es natürlich auch keine Garantie dafür, dass eine Inflation vor der Tür steht. Aber wenn man sich mal die geldpolitische Lage anguckt und vor allem die Konjunkturpakete und so weiter, die einfach so aus dem Nichts erschaffen werden, da muss man sich schon Gedanken machen, warum es nicht eigentlich zu einer Krise kommt, finanziell gesehen, beziehungsweise geldpolitisch gesehen, dann eigentlich müsste es zu einer ziemlich starken Inflation kommen, wenn irgendwo auf dem Planeten mehrere Billionen Dollar gedruckt werden. Ich bin sehr gespannt, ob der Plan von MicroStrategy hier aufgehen wird und bin natürlich auch sehr gespannt, wann sie dann den nächsten Kauf tätigen werden. Gut, ich hoffe, euch hat dieses kurze und informative Video gefallen. Falls das so war, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr weitere Videos zu dem oder anderen Themen sehen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erstmal ein Abo da lassen. Ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, ciao!